Brisant, geheimes Treffen von Peter Klein und Lukas Cordalis Was wohl Iris, 56, und Dani, 37, dazu sagen werden? Peter Klein, 57, war vergangenes Jahr mit seinem noch Schwiegersohn Lukas Cordalis, 56, als Dschungelbegleitung nach Australien gereist. Jedoch zerbrach nach der Zeit in Darn-Andeur aufgrund einer angeblichen Affäre mit Yvonne Wuelke, 44, die langjährige Ehe zwischen Peter und Lukas, Schwiegermutter ihres Klein. Das Liebesaus belastete auch die Männerfreundschaft zwischen Peter und Lukas. Nun trafen sich die beiden jedoch überraschend auf Mallorca. Auf Schnappschüssen, die Bild vorliegen, sieht man den gelernten Maler und den Ehemann von Daniela Katzenberger gemeinsam in einem Restaurant. Laut Informationen des Magazins soll Peter den Schlagersänger in dem Lokal überrascht haben. Zusammen mit einem gemeinsamen Freund saßen die beiden gut gelaunt in dem Restaurant Capri an der Playa de Palma. Laut Insider-Angaben wirkte das Treffen wie ein Wiedersehen von guten Freunden. Doch damit nicht genug, Peter begleitete Lukas sogar noch zu seinem Konzert im Megapark und genoss den Auftritt vom Backstage-Bereich aus. Weder Iris noch Dani sollen von dem Männerabend gewusst haben. Ob Peter sich Tipps von Lukas holte? Schließlich wird der 56-Jährige in wenigen Tagen selbst auf der Playa de Palma in der MK-Arena auftreten. Der Reality-TV-Darsteller wird zusammen mit Persönlichkeiten wie Matthias Mangiapane, 40, oder Serki Neu, 70, auf der Bühne stehen. Brisant, auch Yvonne Wuelke wird vor Ort sein. Desknellen Sip 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 Vielen Dank.